Geheimnisse, man findet sie in jeder Stadt. In jedem Haus, in jedem Keller. Man bittet die Tänzerinnen und Tänzer, etwas Schönes zu kreieren, aber sobald man ihnen den Rücken zukehrt, gibt es immer jemanden, der entscheidet, die Regeln zu brechen. Der Keller der Luzerner Polizei. Aber wenn so etwas im Keller eines Regierungsgebäudes passiert, stellen sie sich vor, was erst in allen anderen abgeht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020